Was? Was zum Hämmer war das denn? So was nennt man, jetzt hat er sich verwitzt hierhin, so was nennt man nur Riding Knows. Ich habe erlaubt mich, dass das, was hier so passiert, da kommen wir zu den nächsten Hauptnachstern, die überschreiten eine Kürbelgröse von 40 Zentimetern, auch nur unwesentlich. Aber sie haben im Gegenteil, im Gegensatz zu den zwei Gestalten von vorhin, ihre volle Kürbelgröse noch nicht erreicht. Hier sind für euch die wahren Zwerge der Oesnitzer Teilheitsvereinigung mit Püppi Langsburg. Zwei von allen und vier mindesten und bei uns neueien Kirchen計 unawe geht. Seine und vier sind für den Sinn, die ist offenlich vor ein paar Zeiten. So was er davon jetztって throbieren, dass das, was hier so passiert. Bust wei nun in Püpp' sondern in Püppi Langsburg. Musik 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 Ich bin in Engels, wo du siehst, alle sind so glücklich, alle sind glücklich, alle sind glücklich, alle sind glücklich. So, jetzt in einer Reihe aufstellen und vorbeugen, wie wir es geübt haben. Moment. So, jetzt. Gut, an der Verbeugung ist dann am Schluss noch etwas Luft nach oben, ich glaube allerdings, die Sitzherren des Tanzens noch ein Stückchen eingegangen. Aber immerhin, fast alles, ein eigener Nachwuchs auf unseren Skagenballett. Ein dreifach Donut und Sie frei! Richtig! Und Sie frei! Herr Kapellmeister, bitte einen Ausmarsch für unser Skagenballett! Herr KlingEL! Herr Klingel! Herr Klingel! Richtig!